Opfer des kommunistischen Regimes in China haben am Mittwoch in Washington D.C. protestiert und dazu aufgerufen, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu boykottieren. Es geschah vor dem ersten Treffen des US-Außenministers Anthony Blinken mit chinesischen Top-Diplomaten. Eine Gruppe von Betroffenen, zu denen die Uiguren, Tibeter, Hongkonger und chinesische Demokratieaktivisten gehören, starteten am Mittwoch eine Kampagne vor dem Weißen Haus. Sie wollten dadurch Präsident Joe Biden und Staatssekretär Anthony Blinken unter Druck setzen, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wegen der massiven Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Partei Chinas zu boykottieren. Ich kann nicht beschreiben, was ich durchgemacht habe. Ich wurde geschlagen, ich wurde gefoltert, ich wurde mehrfach vergewaltigt, Gruppenvergewaltigungen. Peking ist die erste Stadt, die das Recht erhalten hat, sowohl eine Sommer- als auch eine Winter-Olympiade zu veranstalten. Opfer, die aus den Gefangenenlagern des kommunistischen Chinas geflohen sind, finden es inakzeptabel. Die erschreckende Menschenrechtsbilanz des Regimes hält schon seit Jahrzehnten an. Es ist fast unvollstellbar, dass das Olympische Komitee beschlossen hat, die Olympischen Winterspiele 2022 an China zu vergeben, wenn man bedenkt, dass die Menschenrechtslage und die Bedingungen in Tibet schrecklich sind. Der Protest fand in Washington D.C. statt, einen Tag vor dem ersten Treffen der beiden Administrationen mit chinesischen Vertretern. Es wird erwartet, dass Pekings Menschenrechtsverletzungen dabei angesprochen werden. Der Rückzug von den Olympischen Spielen wäre ein wichtiges Statement. Die von der chinesischen Regierung begangenen Handlungen können nicht länger ignoriert werden. Angesichts der wachsenden Kritik sagt das Internationale Olympische Komitee, dass es nicht den Einfluss hat, politische Probleme in China zu lösen. Es hat jedoch einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen.